Abwehrchef fehlt im Training Neuzugang kehrt zurück. Der FC Köln hat am Montag die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel beim SV Darmstadt 98 begonnen. Die Geißböcke mussten im Training aber auf Abwehrspieler Jeff Chabot verzichten. Dagegen kehrte ein Sorgenkind zurück. Als die Spieler des FC Köln am Montagvormittag zum ersten Training der Woche zusammenkamen, fehlte ein Spieler. Jeff Chabot wurde laut FC zum Zweck der Trainingssteuerung geschont und sollte nur individuell arbeiten. Für das Duell am Freitag in Darmstadt soll keine Gefahr bestehen. Chabot stand bislang in allen Pflichtspielen der Saison in der Startelf, spielte bis auf zwei Ausnahmen stets die gesamte Spielzeit durch. Der Linksfuß gilt als einer der wenigen FC-Profis, die bislang in dieser Saison ihre Normalform erreichen. Der 25-Jährige hatte gegen den FC Bayern am vergangenen Freitag in der Dreierkette zunächst im Zentrum und später auf der linken Position verteidigt. Christensen nach sieben Wochen zurück. Ein anderer Spieler kehrt dagegen nach einer mehrwöchigen Verletzung zurück. Jakob Christensen verpasste zuletzt wegen einer Knieverletzung sieben Wochen lang das Mannschaftstraining. Der Däner war im Abschlusstraining vor dem Duell gegen Bayer Leverkusen im Rasen hängen geblieben und hatte sich das Knie dabei überstreckt. Der FC hatte zwar bestätigt, dass es sich um keine strukturelle Verletzung handelte. Dennoch war Christensen nun fast zwei Monate außer Gefecht und wird sich erst einmal wieder heranarbeiten müssen, ehe er eine Option werden könnte. Bislang wurde Christensen noch in keinem Bundesligaspiel eingesetzt, lediglich im DFB-Pokal war er gegen den VfL Osnabrück eingesetzt worden. Ein weiterer Verletzter kann auch aufatmen. Philipp Pentke unterzieht sich am Montag noch einmal abschließender Tests, ehe der Torhüter zumindest wieder mit individuellem Training beginnen kann. Der Keeper hatte sich Mitte Oktober verletzt, als er bei einer Übung in eine Bodenabdeckung gerutscht war. Sobald Christensen und Pentke wieder vollständig genesen und Teil des Mannschaftstraining sind, wird der FC wieder vollständig sein und keine Verletzten mehr beklagen. Das Lazarett hatte sich in den vergangenen Wochen schrittweise gelehrt. Sollten keine neuerlichen Verletzungen hinzukommen, könnte Steffen Baumgart schon bald wieder die gesamte Mannschaft auf dem Trainingsplatz begrüßen.